Heute zeige ich dir ein paar richtig coole Tiere und die größte Springspinne der Welt habe ich auch noch hier. Und bei der schauen wir, ob sie Menschen mag. Das hier sind Plattwürmer. Eine sehr einfach strukturierte Lebensform, die schon seit über 500 Millionen Jahren über die Oberfläche unseres Planeten kriecht. Diese Tiere können sich extrem gut regenerieren. Ihr ganzer Körper ist voll mit Stammzellen. Wenn du einen Plattwurm in 10 Teile zerschneidest, regeneriert sich jedes einzelne Teil und zum Schluss hast du 10 neue Würmer. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt einige Arten, die können sehr giftig werden. Die sind dann oft aber ziemlich auffällig gefärbt, wie zum Beispiel dieser Prostezeraeus. Ich werde häufig gefragt, wie ich es schaffe, mir so viele wissenschaftliche Namen von so vielen unterschiedlichen Tieren einzubringen und mir die dann zu merken. Nun, das ist eigentlich viel einfacher, als es sich anhört. Ich denke mir zu jedem neuen Namen einfach eine Eselsbrücke aus. Irgendeine Geschichte, die einfach möglichst blöd klingt. Bei Prostezeraeus zum Beispiel merke ich mir einen besoffenen Plattwurm, der lila gefärbt ist und so auf der Straße sitzt, Wodka in seiner nicht existierenden Hand hält und wann immer Leute vorbeigehen, ruft er ihnen zu. Prost, hey! Prost, hey! Und so habe ich mir praktisch die erste Hälfte des Namens schon herbeigeführt. Und Prost, hey! Also man muss da wirklich kein Genie sein, um sich eine große Anzahl an wissenschaftlichen Namen merken zu können. Ist vielleicht ein guter Tipp für die Schule. Denkt euch richtig dumme Geschichten aus. Je dümmer das klingt, desto besser bleibt es euch im Kopf. Ja. Und jetzt zeige ich dir noch etwas und das ist nichts für schwache Nerven. Jemand hat mir ein totes Tier gebracht, beziehungsweise das Körperteil von einem toten Tier. Und auf diesem Körperteil von diesem toten Tier war ein anderes Tier drauf und zwar das hier. Und das ist eines der wenigen Tiere, die auch bei mir eine Gänsehaut verursachen können. Und wo dieses kleine Tier herkam, da waren noch viel mehr. Aber das krasse war, dass dieses tote Tier noch viel den schlimmeren Parasiten in sich drinnen hatte. Und was das für ein Parasit war, da werde ich mal ein eigenes Video dazu machen. Wenn du dieses Video nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere gleichzeitig rechts unten die Glocke. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die größte Springspinne der Welt an. Darf ich vorstellen? Hylus giganteus. Ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht, aber ich finde Springspinnen sehen wirklich süß aus. Schau dir mal diese großen Augen an. Dieser unschuldige Blick. Vor so einer Spinne kannst du ja fast keine Angst haben. Selbst ihre Giftklauen sehen süß aus. Das hier ist übrigens ein Weibchen. Die Männchen sehen völlig anders aus. Bei vielen Spinnen kann man Männchen und Weibchen ziemlich gut voneinander unterscheiden. Man nennt das auch sexuell dimorph. Wenn du dich zukünftig schlau fühlen willst, dann sagst du vor den anderen Leuten sowas wie, bei Springspinnen aus der Familie der Saltizide kann man einen ausgeprägten Sexualdimorphismus beobachten. Dann werden alle von dir erstaunt sein und die Mädels werden dir die Tür einrennen. Wo wir gerade über Frauen sprechen. Gegenüber den Weibchen verhalten sich die Männchen übrigens sehr vorsichtig. Und das hat auch einen Grund, ja. Sagen wir mal so, wenn du als Menschenmann von einer Frau abgelehnt wirst, dann wirst du dir wahrscheinlich ungefähr sowas anhören können. Oh, das ist aber nett von dir, aber tut mir leid, weil ich habe einen Freund. Und du stehst dann als Kerl da und denkst dir sowas wie, so eine Scheiße, ich spreche nie wieder eine Frau an. Aber wenn es bei uns so wie bei den Spinnen laufen würde, dann würden die Chancen gut stehen, dass dich diese Frau auch noch tötet. Und danach saugt sie dich auch noch aus. Ja, wer dir das lieber oder was? Also sei froh, dass du ein Mensch bist. Wusstest du, dass Springspinnen die intelligentesten Spinnen sind? Sie beobachten alles ganz genau. Und sie sind lernfähig. Man kann sie ohne weiteres auf die Hand lassen. Diese Spinnen sind nicht einmal scheu, sondern sogar noch relativ neugierig. Vielleicht verstehen sie, dass ihnen eine Hand in diesem Moment keinen Schaden zufügt. Man kann sie sogar dazu bringen, kleine Kunststücke zu machen und von einer Hand in die nächste zu springen. Mögen sie nun Menschen? Nun ja, mögen ist für eine Spinne vielleicht ein wenig übertrieben. Aber aggressiv sind sie keineswegs. Wenn dich so eine Spinne beißt, kann es übrigens ein bisschen unangenehm werden. Aber nicht schlimm und auch nicht gefährlich. Willst du aber mal eine der tödlichsten Spinnen der Welt sehen? Und willst du wissen, wie es sich anfühlt, wenn sie dich beißt? Wenn ja, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und tschüss.